Okay, nachdem wir Regis Thiel besiegt haben und Regis und Regirock müssen wir die Safari-Zone machen, die ich fast übersehen habe. Ja, wir gehen da einmal kurz rein und wieder raus. Scheiße, ich habe dann auch vergessen, in der Roten ein Special darüber zu machen. Wobei, wir waren da eigentlich schon drin, in der Roten. Eieiei, Safari-Zone, sorry, dass ich dich immer so ignoriere. Ich mache es wieder gut, indem ich ein Special mache. Okay, hallo! Yeah, you go hand in hand. Are you a lesbian? Yes. Okay, dann gehen wir mal in die Safari-Zone rein. Ach, nö, wir haben keine Kohle, oder was? Sind wir so arm? Moment, ich hole mir eine Kohle, ich schneide sie dann zusammen, bis gleich. Okay, I have money now. I sell all Top-Genesung. Ja, weil wir so viele davon haben. Okay, jetzt mach ich mal die Musik. Aufdrehen. Okay, Moment. Achso, Dodo, ja, okay, ich mach das jetzt ohne Speed, sorry, Leute. Also, wir können einen Riegel platzieren, das lockt mir Pokémon an. Nehmen wir mal einen grünen Riegel. Ah ja, hier findet man einen Solarstrahl, fällt mir auch gerade ein. Girafarik, schmeißen wir mal einen Ball. immer mal näher ran und noch näher ran und jetzt ab jetzt bist du überrascht ich bin nicht überrascht ich fliege gleich oder fließt du er ok den scheiß mal auf dem regel den wir gerade platziert haben ich will euch ja das gelände zeigen also für das gelände braucht man kann man ein kunstrad nehmen da kommt man in ein anderes gelände wie mit einem rad mit einem eilrad also immer mal das eilrad und wenn ich es markiert kriege nachher ich habe das super angel noch aktiv von dem weil man fangen stimmt ok so bange musste ich mir um auch noch holen weil immer die vergessen die kriegt man von einem angler der ist in einem gebäude in moosbach city moment jetzt kriege ich wieder diesen sprung nicht klar klar ja und zack und zack und ja eine bestimmte schritt anzahl so weit ich mich entsinnen kann es ist das gebiet mit dem kunstrad mit dem eilrad kommt man in das gebiet das zeige ich euch auch noch ok mirab fangen wir mal zum spaß das müsste eigentlich drin sein immer mirab las auch auf den lesen dieser edition finden kann ja ganz wie ich sagte ok plötzlich haben wir mal ein regel wir haben eben noch ein wert mit denen auch los nicht dass wir denen dann mit diesen riegel verwechseln die wir dann melotik geben und ja das wäre nicht ganz so schön waren die hat man auch nicht begegnet und dann fahren auch noch nicht ja ja nein du wichst er brauchen dierale in der meine lernen immer noch näher an regelten betrachten skarabon skarabon arbon muros bueno ins foram عم kampf und käfer kann man sich jetzt ein team rein tun wenn man lust und laune hat hatte ich allerdings noch nicht in meinem team aber ich kann mir so gut vorstellen dass es sehr gut ist weil es hat so wahrscheinlich einen hohen anglosswert und geschwindigkeit scheint auch eine menge zu haben das heißt warum schmeiße ich noch ein ball fähig bitte fähig bitte ja gut okay flucht gehen wir mal da entlang haben und zertrümmerer vielleicht sind wir ein paar kleinsteins haben wir hier schon naja da ist ein item kalzium hat sie gefunden ich will viele seltene pokémon fange und mit meinen freunden tauschen ja fange welche von pvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Du Floor, Du Floor, Du Floor, Du Floor, Du Floor. Und? Ja! Nein! Nein! Und was kommt jetzt? Natu! Ja! 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 Und? Ja! Jetzt in der Safari Zone kann man richtig fett Pokémon Kohle machen. Also wenn ihr mal Lust auf Pokémon Fang habt, geht in die Safari Zone. Es lohnt sich. Jetzt mache ich hier Werbung für die Safari Zone. Nein! Oh, schon wieder... Ach gut. Okay, Myraplast nerven jetzt. Ich habe dich schon gefangen. Gibt es noch andere? Ah, hier ist Garabon. Und du... Obwohl, jetzt haben wir noch einen geäußeren Ball. 18 Stück haben wir noch. Ja. Nein! Schleichen wir uns mal ran. Und noch näher. Und boah! Ja. 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 Und? Und... Und noch näher. Und jetzt fließt. Jawohl, ja achte ich mir. Da, 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 wie lange geht denn das noch meine Aufnahmezeit? Geht flöten! Geht flöten! Geht flöten! Geht flöten! Ups, Maus weg! Hier gibt es auch Pikachus zu fangen! Für euch... Für die Pikachu-Liebhabe unter euch! Flucht! Ich glaube, die müsste man hier fangen können! Geht flöten! 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 was rede ich da für ein müll 13 bälle haben wir noch die werden wir rocksock los wenn wir noch zwölf aber ein gierer fahrer kann man noch nicht hier dieses area is boring for me okay okay ich hole mir jetzt dann das eilrad und dann gehen wir noch mal hinein bis gleich okay ich habe ist das eilrad und weiter geht's erhält 30 safari bälle und das brauchen wir ihn auch für den himmelsturm und für rai kratzer dienst eilrad hoffentlich kann ich das im emulator machen weil das ist ziemlich schwierig selbst wenn game behaupten der probleme ok mit dem eilrad kommt man nämlich da hoch das ist erstes eilrad area und da ist deutlich mehr fällt mir auf was gibt es hier langweilige du floss was gibt es da noch wie kann man surfen und hier findet man solarstrahl genau hier dieses item ist solarstrahl begegnet glaube ich kann oder vielleicht doch ich weiß es nicht mehr auf jeden fall haben wir es nicht gefangen ja das ist solarstrahl habe ich euch gerade gesagt für die nicht unhellen unter euch so es gibt immer welche leute die schauen sich youtube an und verstehen das nicht mehr ich will euch zwar netz diskriminieren so aber ja ihr wisst was ich mein glaube ich ich darf nicht so viel speed machen weil es ist ja real time wieder was da jetzt wird scheiß maus weg da sternfried ich bin ein stirbt verpüß dich das was du hast du zu mir sagt verpüß dich wo es wüsste ich mit buch mir ich schmuck der pokémon auf dem heizlos reden ich bin die maus sah was las ich hole in ruhe ja ich habe es befreit nochmal ein safari ball hey das frihorn daraus du verdammte maus ist hör auf damit versuche ich doch daran aufzuhalten jetzt mal wieder du verdammte maus okay ist genug humor gemacht mit meiner maus ein kleiner gegner für zwischendurch ich weiß es ein bisschen langweilig sein sollte für euch habe ich euch jetzt ein bisschen wie sagt man spaß gebracht oder so keine ahnung ja und ohne die maus haben wir das frihorn jetzt gefangen wird zur rizio horos und zur rihorn wenn es auf der diamant platin und pearl ist ja ich will den pikachu mal treffen hier muss es doch pikachus geben hier gibt es doch pikachus oder ich mich da stein kannst du mir sagen ob du im pikachu begegnet bist hallo stein kannst du mir sagen stein hallo stein 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 ich glaube wenn wir alles durch haben mache ich so ein cheats special wo man entschieden wo ein bisschen müll mit schieten machen und so kleine idee also ich versuche dann die events vielleicht noch zu her zu schießen dass wir die machen können weil es gibt einige events von denen weiß ich nicht einmal was und ja lasst euch überraschen dass ich noch alles mache wenn wir nichts mehr machen können beende ich natürlich dieses let's play mit den specials aber solange wir hier noch was machen können spielen wir das auch noch weiter da lasse ich mir ruhig zeit weil das video ist eh das let's play ist eh das letzte auf meinen channel weil die anderen let's place kommen ja auf kevin lp jetzt hoch mit star wars ja habe ich ja schon angefangen verläuft recht gutes let's play mehr aufrufe als normal kriege ich da ja und es macht mir sehr viel spaß es zu spielen danach kommt minecraft ich will ein zuger damit zu machen kann mir aber nicht also er hat ein bisschen probleme was let's place angeht und zwar ist das probleme hat nie bock parts hochzuladen und das ist das beschissene an bald so eigentlich muss ich sagen wenn man das ist dann sollte man schon in ja in möglichst kurzen abständen ein ein part hochladen können ansonsten ist man als let's player völlig falsch auf youtube also ein video im in der woche sollte man mindestens rein stellen als let's player also ich lade jetzt momentan jeden tag eine folge von jedem let's play hoch also star wars und pokémon vielleicht kommt jetzt noch eins zu das ist minecraft vorausgesetzt bald so check endlich dass er ein paar parts hochladen soll also wir wollen das mit splitscreen machen aber ich habe noch keine software dafür wie man ein splitscreen machen kann ich habe da schon gehört dass man mit sony wegas das machen kann aber das kostet natürlich was und ich habe geschaut ob man das klicken kann ja ich will jetzt aber auch nicht allzu viel darüber sagen lasst euch einfach überraschen was ich da noch machen werde vielleicht hoffe ich mir auch im notfall falls ich das nicht falls das nicht funktioniert mit dem crack ja und die zeit ist abgelaufen wir haben kein pikachu begegnet okay ich würde so gern noch weiterreden machen wir das einfach mal ich werde einfach mal weiter ja schauen wir mal nach den also im nächsten part geht es weiter mit grobes zeug oder so altes was wir noch machen müssen ein paar grundlegende sachen ihr wisst was ich meine bis gleich soll das mit gar 1 Loos es dt